Das ist der mysteriöse Mr. M. Er hat einen Bruder und er macht... Äh, ja, was macht er eigentlich? Ich kaufe Produkte aus dem Ausland und verkaufe sie hier an meine Kunden. Der mysteriöse Mr. M. bekommt einen mysteriösen Anruf. Was soll heißen, die Erbsensuppe aus der Dose können Sie aus Brasilien nicht liefern? Ist das denn überhaupt alles legal? Natürlich ist das legal, aber Erbsensuppe aus der Dose, die ist wirklich nicht leicht zu beschaffen. Da gibt es jedes Mal Probleme. Die Produkte, die angekommen sind, verkauft Mr. M. an seine Kunden. Und? Hast du den Stoff? Aber natürlich, Ma'am, hier. Ja, echter Kaschmir, richtig kuschelweich. Oh, super. Wie viel möchtest du dafür haben? 20 Mäuse. Oh, das ist aber günstig. Ja, ein Schnäppchen extra nur für Sie. Oh, vielen lieben Dank. Sie sind ja auch noch ein Charmeur. Ja, so kennt man mich. Wenn Mr. M. gerade keine Produkte verkauft, dann trifft er sich mit seinen Kumpels. Wir wünschen Mr. M. alles Gute für die Zukunft und hoffen, dass das wirklich alles legal ist. Vielen Dank.